Herzlich willkommen zur Vorlesung Steuerungs- und Governance-Theorien. Heute die Vorlesungseinheit Nummer 8 zu Democratic Governance. Ich möchte zunächst auf den Demokratiebegriff zu sprechen kommen, um dann im nächsten Schritt nach der Verbindung von Demokratie und Governance-Konzept zu fragen. Ausgangspunkt ist die Frage nach dem gegenwärtigen Zustand von Demokratie. Der Befund wird von manchen mit dem Begriff Demokratie-Paradox auf den Punkt gebracht. Entsprechend vermitteln Zeitdiagnosen zum Zustand der Demokratie ein widersprüchliches Bild. Auf der einen Seite wird der glanzvolle Triumph der Demokratie verkündet, denn Demokratie findet, zumindest in der westlichen Welt, als normatives Leitbild für politische Systeme mittlerweile universelle Anerkennung. Auf der anderen Seite mehren sich indes Krisendiagnosen. Zunehmend erscheint gerade auf der politikwissenschaftlichen Agenda die Frage nach der Zukunftsfähigkeit von Demokratie. Dabei wird der prinzipielle Wert der Demokratie in aller Regel nicht bezweifelt. Vielmehr geht es im Kern um die Frage nach den Grenzen und Leistungsfähigkeit dieser Regierungsform unter den gewandelten sozioökonomischen Bedingungen des 21. Jahrhunderts. Dieser Ernüchterungsdiskurs, wie man hierzu sagen könnte, erfährt seine polemische Zuspitzung in der Formel vom Ende der Demokratie beziehungsweise in der Redeweise von der sogenannten Postdemokratie. Wenn wir diese beide scheinbar gegenläufigen Wahrnehmungen, also erstens den Sieg der Demokratie als abstrakte Idee und zweitens die Krise der Demokratie als politische Organisationsformen, gleichermaßen berücksichtigen, dann können wir von einem Demokratieparadox sprechen, wie bereits eingehend angemerkt. Das heißt, Demokratie steht in dem Augenblick, in dem sie sich historisch als die unumstrittene Norm etabliert hat, zugleich vor ihrer größten Belastungsprobe. In diesem Sinne hat Werner Weidenfeld zu Recht Demokratie als Projekt des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Allerdings hat es den Anschein, als ob die Politikwissenschaft beziehungsweise politische Theorie für die Inangriffnahme des Demokratieparadox nur unzureichend gerüstet ist. Denn parallel zur Durchsetzung von Demokratie als Schlüsselwort der politischen Semantik scheint sich der Inhalt des Begriffs zunehmend zu entleeren. In diesem Zusammenhang kann vom Elend der Demokratietheorie gesprochen werden. Das Problem, Demokratietheorien in einer sich wandelnden Welt stehen vor dem Problem der Begriffsbestimmung. Denn Demokratie lässt sich nicht auf ein feststehendes Set von Verfahren und Institutionen zur Konstituierung einer bestimmten Regierungsform reduzieren. Mit anderen Worten, Demokratie war und ist in einem gewissen Sinne bis heute politikwissenschaftlich ein politischer Kampfbegriff geblieben. Demokratie stattet als Tendenzbegriff nicht zuletzt moderne Verfassungen mit einer inhärenten Dynamik aus. Die demokratische Frage markiert in diesem Sinne eine ständige Neuvermessung des politischen Kräftefeldes. Zum Beispiel wurden Forderungen nach Gerechtigkeit oder Solidarität, wie sie für den Sozialstaat kennzeichnend sind, im Namen der Demokratie vorgebracht. Zwei Fragen sind zunächst näher in den Fokus zu nehmen. Erstens, wie ist der Begriff der Demokratie bestimmt? Zweitens, inwiefern wandelt sich die Realität von Demokratie? Das heißt, inwiefern ist eine Neuadjustierung des Demokratieverständnisses an sich wandelnde gesellschaftliche Verhältnisse erforderlich? Denn im geschichtlichen Prozess beeinflussen sich erstens der normative Begriff, sowie zweitens die Realität von Demokratie wechselseitig. Und gerade in gesellschaftlichen Perioden des Umbruchs ist häufig umstritten, ob eine empirische Veränderung in demokratischer Hinsicht entweder ein Defizit oder eine neue Qualität signalisiert. Die Demokratie-Vokabel selbst ist also fluide, kontrovers und komplex gebaut. Grundsätzlich gibt es zwei Reaktionsformen von Demokratie-Theorien auf politisch-gesellschaftlichen Wandel. Erstens, das Plädoyer für die Veränderung der Realität, sowie zweitens das Plädoyer für die Veränderung der Norm. Die beiden Politikoptionen enthalten jeweils komplementäre Gefährdungen. Einerseits, also das heißt beim Plädoyer für die Veränderung der Realität, besteht die Gefahr der Produktion ohnmächtiger Sollenspostulate. Andererseits, also beim Plädoyer für die Veränderung der Norm, droht die Aufgabe des kritischen Maßstabs durch die Affirmation und Uminterpretation dessen, was ist. Die Forderung lautet deshalb, komplexe Demokratie-Theorien müssen gegenüber solch einseitigen Zugängen den evolutionären gesellschaftlichen Korridor im Auge behalten. Das heißt, es geht darum zu erforschen, inwieweit es für wünschenswerte Normen auch sogenannte aufnehmende Strukturen in der Realität gibt. Mit anderen Worten, die Diade Sein und Sollen muss zu einer Triade erweitert werden durch die Aufnahme der Kategorie der Möglichkeit. Die Seinsmodalität von Demokratie ist in diesem Sinne durch historische Fahrtentwicklungen geprägt. Das heißt, normative Vorschläge zur Weiterentwicklung von Demokratien wären in diesem Sinne auf ihre Anschlussfähigkeit an die vorfindbaren gesellschaftlichen Verhältnisse zu überdenken. Verschärft wird die Problematik der Konzeptualisierung von anschlussfähigen Demokratie-Theorie-Entwürfen, wenn ein Wandel des Wandels eintritt. Das heißt, wenn anzunehmen ist, dass gesellschaftliche Modernisierungsprozesse nicht bloß graduellen Charakter aufweisen, sondern es sich vielmehr um epochale gesellschaftsstrukturelle Umwälzungen handelt. Indizien deuten darauf hin, dass wir uns gegenwärtig genau in dieser Situation eines sozialen Strukturumbruchs befinden, in dem sich auch die konstituiven, das heißt die grundlegenden Regeln des Politischen verändern. Die Vermutung eines tiefgreifenden Strukturumbruchs wird etwa durch die Formel Wandel der Staatlichkeit signalisiert, das wie erläutert im Zuge der Globalisierungsprozesse zunehmend im politikwissenschaftlichen Diskurs auftaucht. Somit stellt sich die Frage, müssen wir in dieser Situation a. darauf achten, ob die gesellschaftlichen Verhältnisse immer noch den demokratischen Strukturen entsprechen, die wir kennen, oder b. müssen wir etwa Demokratie neu denken. Das ist die Streitfrage, die seit einiger Zeit in der Politikwissenschaft kontrovers diskutiert wird. Nun ein Exkurs, ein ideengeschichtlicher Rückblick. Um den Möglichkeitskorridor auszuloten, der sich für Demokratien unter essentiell veränderten Bedingungen eröffnet, könnte zunächst ein kurzer Blick in die Ideengeschichte hilfreich sein. Zur Antike. Zentral beim Modell der antiken Demokratie ist, das in der Literatur immer wieder als demokratisches Urmodell angeführt wird, ist die Vorstellung einer Identität zwischen Regierenden und Regierten. Das heißt, der Demos, die Bürgerschaft, das Volk, der athenischen Demokratie war immer mehr als die bloße Aggregation, also die bloße Versammlung und Ansammlung von Einzelwillen. Eine Reihe struktureller Vorkehrungen zielte vielmehr darauf ab, den Demos als kollektives Subjekt zu installieren. Es gab etwa einen ständigen Wechsel der Bürger zwischen A, der Rolle derjenigen, die regieren und B, der Rolle derjenigen, die regiert werden. Ferner war die Auslosung von Regierungsämtern vorgesehen. Und die Letztinstanz für Entscheidungen war, auch das ist ein wichtiges strukturelles Element, die Vollversammlung des Volkes und so weiter. Was als erste demokratische Transformation bezeichnet wird, meint somit nicht ein Wandel demokratischer Verhältnisse, sondern erst einmal das Entstehen von Demokratie. Zum 18. und 19. Jahrhundert. Mit dem Wandel zweite demokratische Transformation wird die Entstehung moderner Demokratien im 18. und 19. Jahrhundert in Nordamerika und Europa beschrieben. Denn nach über 2000 Jahren Abwesenheit demokratischer Herrschaftsordnung kam es im 18. und 19. Jahrhundert wieder zur Herausbildung demokratischer Herrschaftsformen. Welches Problem stellt sich in diesem Zusammenhang? Zu vorderst stellt sich hier das Problem der Größenordnung. Denn die modernen Nationalstaaten waren im Unterschied zur antiken Polis Flächenstaaten mit Millionenbevölkerung. Es bedurfte quasi einer Neuerfindung der Demokratie, um diese Herrschaftsform unter den geänderten Rahmenbedingungen zu revitalisieren. Zu Beginn der Moderne lassen sich Ideen geschichtlich zwei gegensätzliche Varianten der Fortschreibung von Demokratie vorfinden. Erstens die Identitätstheorie der Demokratie, wie sie insbesondere in Jean-Jacques Rousseaus demokratischem Kontraktualismus zum Ausdruck kommt. Und zweitens das Demokratiemodell liberal-demokratischer Verfassungsstaaten, wie es in den Federalist Papers entwickelt und andererseits in der Theorie von John Locke eine bekannte Ausprägung gefunden hat. Im weiteren Verlauf der Geschichte, so lässt sich heute rückblickend konstatieren, hat sich das liberale Modell der amerikanischen Gründerväter als das erfolgreichere erwiesen. Die in den Federalist Papers zugrunde gelegte Idee einer Verbindung von Demokratie und Repräsentationsprinzip kommt einer demokratietheoretischen Revolution gleich. Weitere institutionelle Absicherungen, wie die von Montesquieu ausgearbeitete Gewaltentrennungslehre sowie das Prinzip des Föderalismus tragen dem Gedanken einer Machtlimitierung durch ein System wechselseitiger Kontrolle Rechnung. Es stellt sich an dieser Stelle die folgende Frage. Welche Folgen hat die Neuadjustierung von Demokratie an die gewandelten Verhältnisse nun in Bezug auf den substanziellen Gehalt der Volksherrschaft? Die Antwort lautet, mit der Verankerung von Demokratie in einer liberalen rechtsstaatlichen Verfassung, die allgemeine freie und gleiche Wahlen garantiert und die Möglichkeit des Regierungswechsels inkludiert, verschiebt sich der Fokus von Demokratie grundlegend. Und zwar von der unmittelbaren Teilhabe des Volkes am Regieren hin zur Auswahl der Regierenden durch das Volk. In Anbetracht der Periodizität von Wahlen lässt sich die Rückbindung des Regierungshandelns an den Wählerwillen nun vermittels des Prinzips der Responsivität der Empfänglichkeit für Kommunikationssignale herstellen. Damit wird die Bereitschaft politischer Amtsträger auf die Bereitschaft politischer Amtsträger angespielt, auf die Interessen der Wähler einzugehen, da sie ansonsten bei der nächsten Wahl sanktioniert, also nämlich abgewählt werden können. Zur Bilanz der zweiten Phase in der zweiten demokratischen Transformation wurden also Lösungen für das Größenproblem gesucht und mehr oder weniger befriedigende Antworten gefunden. Zur Gegenwart Die drängende Frage, die sich derzeit in demokratietheoretischer Hinsicht stellt, richtet sich darauf, inwiefern sich für das aktuell anstehende Entgrenzungsproblem gleichfalls demokratiekompatible, also demokratieverträgliche Perspektiven entwickeln lassen. Zur Vertiefung dieser Problemstellung sollen in einem nächsten Schritt die Wandlungsprozesse des Politischen näher betrachtet werden, wie sie für die westlichen Gesellschaften derzeit charakteristisch sind und so dann nach den Auswirkungen der Demokratie gefragt werden. Diese gegenwärtige Wandlungsphase von Demokratie werden auch als dritte demokratische Transformation gekennzeichnet, hier die letzte Zeile der Tabelle. Der Kontext, die Herausbildung von Governance Strukturen und Netzwerken. Anknüpfungspunkt der Demokratietheorie Entwürfe für liberal repräsentative Gesellschaften war bis dato der nach innen und außen souveräne Nationalstaat. Dieser bisher als selbstverständlich vorausgesetzte Ausgangspunkt von Demokratietheorien wird indes in jüngster Zeit infrage gestellt. Auflösungsprozesse des staatlich fixierten territorialen Rahmens vollziehen sich dabei in zwei Richtungen. Erstens, zum einen kommt es nach innen zu einer Unterminierung der Voraussetzungen des neuzeitlichen Staatsbegriffs. Denn im Zuge der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung scheint der Nationalstaat zur Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben immer stärker auf verstreute gesellschaftliche Ressourcen angewiesen. Dies umschreibt nicht zuletzt den Hintergrund der Entwicklung des Governance-Konzeptes. Zum anderen, also zweitens, wird die Figuration des Staates als kompaktem Handlungsakteur aber auch von außen herausgefordert. Und zwar durch politische Internationalisierungsprozesse, die der global entgrenzten Ökonomie quasi erst nachwachsen. Beide Entwicklungstrends haben zunächst die Grenzen der Handlungsfähigkeit des hierarchischen Staates deutlich werden lassen. Als Konsequenz dieses auch als Steuerungsproblematik bezeichneten Befundes kommt es zur Entwicklung von neuen Formen der Regierung jenseits des Staates. Jenseits des Staates hat dabei eine doppelte Konnotation. Zum einen geht es um fortschreitende Kooperationen des Staates mit gesellschaftlichen Akteuren. Zum anderen wird die grenzüberschreitende intergouvernmentale und transnationale Kooperation anvisiert. Damit werden wir uns dann in späteren Vorlesungseinheiten noch befassen. Zum Governance Diskurs Diese empirisch beobachtbaren Wandlungsprozesse des Staatlichen werden im aktuellen politikwissenschaftlichen Diskurs über Governance bzw. Global Governance theoretisch reflektiert. Hierzu steht die Herausbildung neuartiger Regulierungsmodi im Zentrum der Aufmerksamkeit. Wir waren im Rahmen der Vorlesung bereits auf die zentrale Rolle aufmerksam geworden, die den Politiknetzwerken im Kontext von Governance Strukturen zukommt. Politiknetzwerke bieten potenziell mehr Raum für die Abstimmung von Heterogenitäten, also unterschiedlichen Interessen, sowie die Stimulierung von Lernprozessen. Dabei bezeichnet Verhandlung den zentralen Mechanismus der Sozialintegration von Netzwerken. Im Kontext der heutigen Vorlesungseinheit stellt sich nun die Frage, wie diese Entwicklung demokratietheoretisch zu bewerten ist. Deutet sich hier entweder der Abgesang, also der Niedergang von Demokratie an, oder deutet sich ganz im Gegenteil eine neue Form von kommunikativer Demokratie an. Zunächst die pessimistische Option Governance als Entdemokratisierung. Es stellt sich an dieser Stelle also zunächst einmal die Frage, inwiefern sich diese Netzwerkpolitik demokratisch legitimieren lässt. Denn die Verbreiterung des Akteursspektrums in den neuen Governance Formen stellt die tradierte Verbindung in Frage, nämlich den tradierten Konnex zwischen A Regieren und B demokratischer Rekrutierung beziehungsweise Kontrolle des Personals. Zunächst lässt sich festhalten, dass die Kritik am Regieren an runden Tischen, wie der neue Politikstil bisweilen auch bezeichnet wird, sich derjenigen Argumente bedient, die sich auch schon in der sogenannten Korporatismus Kritik, also Korporatismus zum Beispiel bei Tarifverhandlungen und so, die dort schon vorgebracht wurden. Also bei Korporatismus handelt es sich um einen Fachbegriff zur Bezeichnung verschiedener Formen der Beteiligung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen an politischen Entscheidungsprozessen, der insbesondere in den 70er bis 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in politikwissenschaftlichen Diskursen eine Konjunktur hatte. Kritisiert wird am Korporatismus beziehungsweise am Regieren an runden Tischen insbesondere erstens die Exklusivität des Zugangs zu dem Tisch und zweitens die Intransparenz der Politik Vorgänge also dass die Tür zum Raum des Tisches zugemacht wird. Diese normativen Aspekte seien, so kritisieren Stimmen, mit den normativen Anforderungen an politisch öffentliche Entscheidungen in Demokratie nicht vereinbar. Insbesondere ist die Gefahr einer Externalisierung von Kosten zu Lasten unbeteiligter Dritter ein demokratietheoretisches Problem. Als Beispiel Dieses Problem kann am Beispiel der Tarifverhandlungen kurz ausgeführt werden. Hier treffen sich Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern um bestimmte Tarifvereinbarungen konsensuell also in gegenseitigem Einvernehmen zu treffen. Die davon betroffenen Arbeitnehmer haben den Vorteil dann gewisse Mindestlöhne garantiert zu wissen. Es muss also nicht jeder Betrieb oder gar jeder Arbeiter um eine angemessene Entlohnung kämpfen. Die Arbeitgeber wiederum profitieren davon, weil sie dann beispielsweise nicht befürchten müssen, dass es zu Streiks und Arbeitsniederlegungen kommt, die einen erheblichen betriebswirtschaftlichen Schaden anrichten können. Wenn diese beiden Gruppen jetzt zu einer Einigung kommen, könnte man sagen, alle sind zufrieden. Oder doch nicht? Denn wohlmöglich sind die Leidtragenden Arbeitslosen, die es vielleicht vorziehen würden, wenn die Löhne gesenkt werden würden und sie dadurch eine erhöhte Chance hätten, überhaupt Arbeit zu finden. Die Arbeitslosen sind die Dritten, die nicht am runden Tisch saßen. Externalisierung von Kosten zu Lasten von Dritten meint genau dies, die Verlagerung der Nachteile auf Nichtbeteiligte, in diesem Fall die Arbeitslosen. Die Arbeitslosen haben eine besonders schwache Position. Warum? Weil sie im Unterschied zu den Arbeitnehmern keine Verweigerungsmacht haben. Das heißt, sie können nicht mit Streiks oder Arbeitsniederlegungen drohen. Die Interessen der Arbeitslosen werden von den Gewerkschaften in der Regel nicht mit berücksichtigt. Gewerkschaften setzen sich für die Interessen der arbeitenden Bevölkerung ein und damit zählen die Arbeitslosen quasi per Definition nicht zu ihrem Klientel. Zum Vorwurf der Ideologieträchtigkeit, also eine Verschleierungsproblematik. Eine gewichtige Kritik an der Herausbildung von Governance-Strukturen zielt darauf ab, dass Governance zu einer Aushöhlung demokratischer Politik führe. Verwiesen wird auf die Ideologieträchtigkeit des Governance-Diskurses, der die Schattenseiten der neuen Regierungsformen nicht thematisiere. Was ist der Vorwurf der Ideologieträchtigkeit des Governance-Diskurses genauer? Der normative, das heißt wertende Ansatz der Governance-Perspektive ist folgender. Herausgehoben wird von den Befürwortern, das Kooperationsmanagement, also in Netzwerken können unterschiedliche Interessen besser koordiniert und vermittelt werden. Durch Governance soll es also zu einer Umwandlung kommen von problematischen Interdependenzen, also Verflechtungen, in problemlösende Interdependenzen zwischen Akteuren, die am Netzwerk beteiligt sind, das heißt, denen in irgendeiner Art und Weise Problemrelevanz bescheinigt wird. Die Protagonisten von Governance-Strukturen berufen sich auf die mutmaßlich erhöhte Problemlösungsfähigkeit von Governance-Arrangements. Entsprechend wird von den Governance-Befürwortern Governance und Netzwerksteuerung häufig mit positiv besetzten Begriffen wie Dialog, Konsens und Kooperation in Verbindung gebracht. Aus Sicht der Kritiker stellt dies eine harmonistische Sicht der Lösung sozialer Probleme dar. Denn anstelle des Kampfes um politische Mehrheiten im Willensbildungsprozess gehe es nach den Governance-Theoretikern scheinbar nur noch um die pragmatische Suche nach ressourcenstarken Partnern und vernünftigen, objektiv richtigen, sachlich angemessenen Lösungen. Das heißt, das Bekenntnis zum Pragmatismus steht im Verdacht, die Definition öffentlich relevanter Probleme und die Formulierung darauf gerichteter Politik zu depolitisieren. Das heißt, zu verschleiern, dass es fortgesetzt um Machtinteressen gehe und nicht nur um möglichst sachgerechte und effiziente Lösung von Problemen. Die Tendenz zur Verschleierung von Machtinteressen in Steuerungstheorien ist, wie Sie sich erinnern werden, bereits von Renate Mainz in einem späteren Artikel im Rückblick selbstkritisch angemerkt worden. Dieses Unbehagen wird zusätzlich gespeist von der Erfahrung, dass es zunehmend schwieriger wird, politische Alternativen und Verantwortlichkeiten in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, wenn niemand mehr eindeutig an der Spitze einer hierarchischen Entscheidungsfindung auszumachen ist. Das heißt, an die Stelle zurechenbarer Entscheidungen in öffentlichen Institutionen für die Umwelt dieser Institutionen scheinen kaum transparente, undurchsichtige Netzwerke zu treten. Aus den Verhandlungsprozessen der Netzwerke resultieren dann Entscheidungen, die keinem der Akteure und damit auch nicht den politisch gewählten Repräsentanten mehr eindeutig zugerechnet werden können. Es besteht dadurch die Gefahr einer Aushöhlung demokratischer Politik. Ausgeblendet werden dabei auch, wer überhaupt definiert, was ein derart wichtiges Problem sei, dass es auf die politische Agenda gehört. Außerdem stellt sich die Frage, wer legt fest, worin das Problem genau besteht. Denn die diagnostizierten Ursachen seien schließlich wichtig für die anvisierten Problemlösungen. In Bezug auf die Arbeitslosigkeit ist zum Beispiel zu fragen, was ist das Problem der Arbeitslosigkeit? Geht es um Menschen, die durch Technisierungsprozesse aus Arbeitsverhältnissen freigesetzt wurden? Handelt es sich um ein Problem der Überalterung der Gesellschaft? Liegen die Ursachen in mangelnder Bildung oder Weiterbildung? Sind arbeitslose Sozialschmarotzer, die gar nicht arbeiten wollen? Oder gibt es etwa ein grundsätzliches Problem mit kapitalistischer Produktionsweise? Als Fazit lässt sich feststellen, dass Kritiker auf die Verwendung des Governance-Begriffs in Elitendiskursen und technokratischen Diskursen, wo es um angeblich effiziente Lösungen geht, verweisen und zeigen, dass die Objektivität und der Pragmatismus niemals so unpolitisch sind, wie sie sich ausgeben. Das Gegenargument der Befürworter lässt sich als Politisierungsthese fassen. Die Politisierungsthese besagt, die These der Kritiker von der Enddemokratisierung durch Governance Arrangements sei unhaltbar. Ganz im Gegenteil, es gehe hier um ein neues Verständnis des Politischen, in dem Politik nicht mehr als etwas rein Staatliches verstanden werde. Das heißt, es gehe somit um den Einbezug neuer Akteure in politische Gestaltungsprozesse. Zum Beispiel würden nun auch Vertreter sozialer Bewegungen in politische Entscheidungsprozesse einbezogen. Nun die optimistische Sichtweise. Governance Perspektiven einer Redemokratisierung zu den New Modes of Governance. Wie bereits ausgeführt, hatte die veränderte Wahrnehmung der Gestaltungsmacht des Staates im 21. Jahrhundert, wie sie im Governance Konzept ihren Niederschlag findet, Rückwirkungen auf aktuelle Demokratiediskussionen. Dabei möchte ich eine Fraktion an den bisherigen Konzepten und Kriterien von Demokratie festhalten. Insbesondere fordert sie, dass politische Entscheidungen nur von Personen mit demokratischem Mandat getroffen werden sollten. Die Gegenfraktion hingegen argumentiert, vielleicht müssen wir angesichts gewandelter Verhältnisse auch unser Verständnis von Demokratie überdenken. Es lässt sich somit fragen, ob zwar aktuell tradierte Kriterien von Demokratie durch Netzwerkpolitiken nicht mehr so gewährleistet sind, aber sich dafür vielleicht andere neue Demokratisierungspotenziale in Governance Strukturen ausbilden. Diese Frage soll weiter verfolgt werden unter Bezugnahme auf sogenannte New Modes of Governance. Damit werden neue netzwerkartige Regelungsstrukturen unter Einschluss von zivilgesellschaftlichen Akteuren bezeichnet und zwar auf unterschiedlichen territorialen Ebenen. Man spricht auch von neuen kommunikativen Politikformen oder runden Tischen. Bei den New Modes of Governance lassen beziehungsweise den neuen kommunikativen Politikformen lassen sich zwei Kommunikationsmodi unterscheiden. Erstens Argumentation zweitens Verhandeln. Argumentation hier geht es um das Vorbringen von Gründen die von allen vernünftig eingesehen werden können und beim Verhandeln hier geht es um Ressourcenmacht das heißt um Anreizressourcen und Drohpotenzial etwa das Andeuten die Exit-Option zu ziehen. Insbesondere im Zuge der von sozialen Bewegungen hervorgebrachten Forderungen nach einer Demokratisierung von Expertise das heißt der These auch Bürger seinen Experten nämlich Experten ihrer Lebenswelt kam es zu einer Entwicklung zahlreicher experimenteller Verfahrensvorschläge für Bürgerbeteiligung zum Beispiel Mediation Diskursverfahren Zukunftswerkstätten Planungszellen Konsensuskonferenzen Schlichtung und so weiter und so fort ein Beispiel Stuttgart 21 wo es nicht so gut geklappt hat Diese Verfahrensvorschläge für Bürgerbeteiligung differieren in verschiedenen Hinsichten etwa unterschiedliche Mischungen aus Argumenten aus Argumentationen und Verhandeln unterschiedliche Rekrutierungsmodi der Beteiligten und unterschiedliche generelle Spielregeln und Organisationsformen Ein Beispiel für Bürgerbeteiligungsverfahren Mediation Bei der Mediation liegt der Fokus stark auf dem Kommunikationsmodus Verhandlung Das Verfahren lässt sich wie folgt definieren Mediation bezeichnet ein kommunikatives Verfahren zur Konfliktvermittlung zwischen unterschiedlichen Interessen Gruppen unter dem Einsatz eines neutralen Dritten Die zugrunde liegende Grundidee der drittvermittelten Konfliktbewältigung also der Konfliktbewältigung unter Einbezug einer neutralen Person ist lange tradiert Frühere Anwendungsgebiete Mediationen wurden etwa eingesetzt zur Schlichtung von Streitigkeiten in Unternehmen oder Familien und Nachbarschaftsangelegenheiten Neueren Datums hingegen ist die Anwendung der Mediation im Bereich der Umweltpolitik In den USA wurden seit den 70er Jahren Erfahrungen mit diesem Instrument gesammelt und zwar im Kontext der Diskussion um sogenannte alternative Konfliktregulierung das heißt nicht gerichtliche Konfliktregulierung Mittlerweile wurde Konfliktvermittlung in den USA professionalisiert und das Ganze gilt dort sogar als Wachstumsbranche Zwischenzeitlich liegen zahlreiche Erfahrungen mit Mediationen auch aus anderen Ländern zum Beispiel Kanada oder Japan vor Auch in der Bundesrepublik wurden inzwischen verschiedene Mediationsverfahren durchgeführt Die Merkmale von Mediationen sind die folgenden Erstens die Teilnahme der involvierten Akteure also der Stakeholder ist freiwillig Sie vertreten bestimmte Interessen das heißt Sie verfolgen in der Regel einen positionsorientierten Verhandlungsstil Zweitens dem unabhängigen Schlichter also dem neutralen Dritten obliegt zwar die Gestaltung der Verfahrensregeln er verfügt indes über keine schiedsrichterlichen Entscheidungskompetenzen Drittens die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen um Kompromissbildung zu erleichtern Viertens primäre Zielsetzung beim Verhandlungsverfahren ist die Suche nach einer für alle Beteiligten vor Ort akzeptablen Form der Konfliktbewältigung Dabei gilt die Ergebnisoffenheit als erforderliches Grundmerkmal Fünftens der Anstoß zur Einleitung eines Mediationsverfahrens erfolgt überwiegend durch die öffentliche Hand zumeist als Reaktion auf Bürgerproteste Das Fallbeispiel der Konflikt um den Ausbau des Frankfurter Flughafens Ein prominentes Beispiel für den Einsatz eines Mediationsverfahrens auf lokaler beziehungsweise nationaler Ebene das eben auch in der Literatur gut dokumentiert ist stellt das Beteiligungsverfahren beim Konflikt um den Ausbau des Frankfurter Flughafens dar Hintergrund waren Erfahrungen in den 70er 80er Jahren als die Massenproteste der Bürger durch den Einsatz massiver nur durch den Einsatz massiver staatlicher Gewalt unterbunden werden konnten In Erinnerung an diese abschreckenden Vorgänge in der Vergangenheit setzte die hessische Landesregierung Ende der 90er Jahre auf Methoden des sogenannten sanften Regierens bei dem frühzeitig alle Konfliktparteien in einen dialogischen Meinungs- und Entscheidungsprozess eingebunden werden sollten Das Frankfurter Verfahren stellt analytisch eine Governance-Form dar nämlich ein politisch initiiertes und angeleitetes Verhandlungssystem auf Zeit Dabei wurde von der Politik auf Outsourcing von Politikentwicklung sowie Rationalisierung des Politikprozesses gesetzt Welche Situation lag nun vor dass die hessische Landesregierung auf Mediation setzte? Ausgangspunkt des Verhandlungsverfahrens war ein polarisierter Konflikt bei dem die Befürworter auf die wohlstandsoptimierenden ökonomischen Potenziale eines Flughafenausbaus verwiesen während die Gegner einer Erweiterung die möglichen ökologischen gesundheitlichen sowie sozialen Risiken in den Vordergrund stellten Da Umweltverbände und Bürgerinitiativen in die Vorbereitung des Verfahrens nicht eingebunden waren lehnten sie eine Teilnahme zunächst ab Später beteiligten sie sich dann zeitweise doch stiegen aber dann auch wieder aus Dennoch konstituierte sich die Mediationsgruppe von 1998 auf Basis massiver Vorgaben der hessischen Staatskanzlei in konzeptioneller sowie personaler Hinsicht nach der Konsultation zahlreicher externer Experten erarbeitete eine 20 köpfige Gruppe einen Mediationspakt mit politischen Empfehlungen diese Gruppe bestand aus kommunalen Vertretern sowie Repräsentanten aus Repräsentanten unterschiedlicher Ministerien der Flugwirtschaft der Gewerkschaft und weiteren Beteiligten Dieser im Endbericht der Arbeitsgruppe festgehaltene Mediationspakt bestand aus fünf Komponenten die eine untrennbare Einheit bilden sollten Erstens die optimale Ausnutzung des bestehenden Flugbahnsystems Zweitens Erweiterung der Kapazitäten durch Ausbau Drittens Nachtflugverbot Viertens Anti-Lärmpakt Fünftens Verstetigung der Arbeit der Mediationsgruppe in einem regionalen Dialogforum Trotz des Regierungswechsels in Hessen die rot-grüne Koalitionsregierung wird 1999 durch eine CDU-FDP-Regierung abgelöst unternimmt die neue Landesregierung die informellen Vorschläge der Mediationsgruppe in Form eines Parteienentscheids Das heißt durch die Überführung der gesellschaftlichen Kommunikationsprozesse in politische Entscheidungsprozesse Für die hessische Landesregierung stellt sich der Kompromissvorschlag bei dem alle betroffenen Seiten gravierende Abstriche an ihren Zielvorstellungen vornahmen mussten als regierungstechnischer Gewinn dar Hierzu das Resultat einer wissenschaftlichen Beobachterin Zitat Den politischen Parteien war ihre bewusst eingegangene Bindung an das Ergebnis des informellen Verfahrens so willkommen weil andere ihnen etwas vorgelegt hätten was sie selbst nicht hätten leisten können Zitat Ende Worauf ist dieser politische Erfolg nun zurückzuführen Der politische Erfolg durch Zivilisierung des Konfliktsaustrags lässt sich auf zwei Faktoren zurückführen Erstens insbesondere auf Kanalisierung diskursiver Prozesse und zweitens auf die Privilegierung von wissenschaftlichem Wissen gegenüber anderen Wissensarten Das heißt es werden nur rationale Argumente akzeptiert Demgegenüber stellt sich aus Sicht der betroffenen Stakeholder das Ergebnis das so nicht vorherzusehen war als Niederlage für alle dar Denn jede Partei musste herbe Abstriche an ihrer Position hinnehmen Kritiker bemängeln dass die weiche Steuerung via Dialog Leitidee ernstzunehmende Risikenberge insbesondere die Gefahr der politischen Instrumentalisierung von Mediation im Rahmen einer symbolischen Politik Denn durch Selbstbindung wird das konfrontative Potenzial sozialer Bewegungen geschwächt Da der Verzicht auf Mobilisierung von Öffentlichkeit neben der Androhung eines gerichtlichen Verfahrens die stärkste Ressource von Umweltgruppen darstellt müssen Chancen und Risiken hier gegeneinander abgewogen werden Zum Fazit Bilanzieren sollen an dieser Stelle die Kontra- und Pro-Argumente zur Frage des Einflusses von Governance-artigen Netzwerkpolitiken auf die Performance von Demokratie ausdiskutiert werden Andiskutiert werden noch nicht ausdiskutiert werden Zu den Kritikern Die Kontra-Argumente der Kritiker lauten Netzwerkpolitiken seien selektiv und intransparent sowie exklusiv denn der Zugang zum Netzwerk unterliegt keinen offensichtlichen Regeln deren Einhaltung von Partizipationswilligen eingefordert werden könnte Die beteiligten Personen können somit kein demokratisches Mandat für sich in Anspruch nehmen Selbst konsensuale Entscheidungen beinhalten keine Aussagen über die demokratische Qualität denn es besteht die Möglichkeit der Externalisierung von Kosten zu Lasten von Dritten die nicht mit am runden Tisch saßen zum Beispiel Bürgerinnen in der Flugschneise Verwiesen wird darüber hinaus auf die Machtbasierung von Netzwerkpolitiken Die Stärke der Verhandlungsposition hängt von den verfügbaren Ressourcen das heißt Expertise Finanzierung Medienkontakten und so weiter ab sowie von den Exit-Optionen der jeweiligen Parteien Schließlich muss auch die Möglichkeit einer Schwächung der Umweltverbände durch Selbstbindung das heißt durch Verzicht auf Mobilisierung als essentielle Ressource neben den Gerichtsverfahren in Rechnung gestellt werden Es geht bei der Demokratiefrage zunächst um die Frage nach der Kompatibilität also der Verträglichkeit von Netzwerkpolitik mit Demokratieprinzipien und die Kritiker beantworten diese Frage negativ behaupten also dass zwischen Netzwerkpolitik und Demokratieprinzipien eine Unvereinbarkeit bestehe Zu den Befürwortern die Politisierungsthese die Politisierungsthese der Befürworter besagt wie erwähnt dass Demokratie anders als bisher gedacht werden müsste ist damit lediglich ein quantitativer Zuwachs also mehr Akteure die partizipieren am politischen Willensbildungsprozess gemeint das heißt wird die herkömmliche Interessengruppendemokratie nur durch neue Gruppen also zum Beispiel Umweltverbände erweitert oder geht es um qualitative Veränderungen das heißt werden durch Mediation neue Beteiligungsmuster geschaffen hierzu ist zu vergegenwärtigen dass Demokratie ein mehrdimensionales Phänomen als ein mehrdimensionales Phänomen zu verstehen ist so ist neben dem Inputkriterien also Demokratie durch das Volk das auf die Rolle der Öffentlichkeit fokussiert in unserem Zusammenhang auch das Output Kriterium also Demokratie für das Volk welches die Wohlfahrtsoptimierung hervorhebt in Rechnung zu stellen sicherlich mag es nun in Hinblick auf das Input Kriterium also in Hinblick auf die authentische Repräsentanz des Volkswillens im Rahmen der Netzwerkpolitik Defizite geben aber so betonen zumindest die Befürworter dies wird durch die Steigerung der Wohlfahrtspotenziale kompensiert dies allerdings nicht wenn das Argument der Kritiker zutrifft nämlich dass dadurch nur eine bestimmte Interessenpolitik nämlich die Interessenpolitik der Privilegierten und Mächtigen durchgesetzt wird interessanterweise besteht offensichtlich ein Spannungsverhältnis im Sinne des Vorhandenseins unterschiedlicher Handlungslogiken zwischen erstens dem demokratischen Gebot der Publizität also der Öffentlichkeit und zweitens dem Gebot der Wohlfahrtssteigerung das in selektiven Aushandlungsprozessen befördert wird denn ein gewisses Maß an Geheimhaltung verbessert die Voraussetzung für die Bereitschaft zur Positionsänderung in solchen Gremien und zwar ohne Gesichtsverlust die Bilanz eines Konflikteinhegungsprozesses aus Sicht der Befürworter von Governance Strukturen die Befürworter von Netzwerk Politik betonen dass viele soziale Gruppen mitbeteiligt wurden zum Beispiel bei so einem Verfahren wie des Frankfurter Flughafens das ich gerade besprochen habe und ein gemeinwohl verträgliches Ergebnis zustande kam Der Konflikt schwellt in der Wertedimension weiter also bei Umwelt Konflikten zum Beispiel zwischen Ökologie und Ökonomie aber dennoch konnte es zu einer Einhegung des Konfliktes kommen das heißt eine Konfliktabsorption eine Konfliktentschärfung kann auch dann erfolgen wenn einige unzufrieden zurückbleiben Wie ist das zu erklären? Der Einbezug einer Vielzahl von sachlich und sozial repräsentativen Akteuren verleiht dem Verhandlungsergebnis in den Augen Dritter eine gewisse Legitimität und delegitimiert gleichzeitig einen möglicherweise fortgesetzten Protest so auch etwa zu beobachten bei der Frankfurter Flughafen Mediation oder bei der Schlichtung im bekannten Konfliktfall Stuttgart 21 Das heißt der entscheidende Gesichtspunkt ist also das Publikum welches das Verfahren beobachtet gar nicht so sehr die beteiligten Akteure Dabei ist eine naheliegende Wahrnehmungsweise des Publikums Erstens es hat doch eine Verhandlung mit vielen Beteiligten stattgefunden Zweitens es wurde ein Kompromiss gefunden Drittens als Konklusion warum motzen und beschweren sich jetzt einige immer noch weiter Es ist doch jetzt alles gelöst Sie hatten ja die Gelegenheit ihre Argumente vorzubringen Und so wird die politische und konflikthafte Dimension durch das Verfahren aus dem Konflikt genommen aber trotzdem eine Position letztlich machtvoll durchgesetzt Zur Rolle der Randbedingungen Bei der normativen Bewertung von Netzwerkpolitiken ist es wichtig die Randbedingungen des konkreten Verfahrens zu berücksichtigen Relevante Aspekte in diesem Zusammenhang sind insbesondere die folgenden Erstens die Vorabklärung von Verfahrensregeln Dies betrifft unter anderem den Arbeitsablauf und Zeithorizont verfügbare Ressourcen für Beratungsbedarf Gutachtervergabemodalitäten Verfahrensmodalitäten wenn der Dissens anhält sowie der Umgang mit Verhandlungsergebnissen Zweitens die Frage der Konfliktdefinition Die Behörden tendieren oft dazu eine zu enge Definition des Konflikts was eine technokratische Konfliktregulierung erleichtert aufzustellen Zugleich birgt diese administrative Herangehensweise aber auch das Risiko der Kooperationsverweigerung zum Beispiel von Aktivistengruppen die eine weite Konfliktdefinition für angemessen halten also eine politisiertere also in der Regel mehr Kriterien einbezogen wissen wollen als die Verwaltung Drittens spielen etwa Zusatzbedingungen eine relevante Rolle also etwa besteht eine Win-Win-Option ist der Konflikt teilbar oder ist der Konflikt einfach sehr stark wertebezogen im Konflikt auf die Zusammensetzung des Netzwerks ist zu fragen ob eine vollständige Repräsentation der betroffenen Interessen vorliegt oder nicht besteht ferner die Möglichkeit zu einem Moratorium von Seiten der Verwaltung oder von Unternehmensseite dies ist wichtig damit keine präjudizierten Fakten im Konfliktfeld geschaffen werden im Ergebnis bedeutet dies dass mögliche demokratietheoretische Chancen oder Gefährdungen von Governance-artigen Netzwerk Arrangements differenziert betrachtet werden müssen als Fazit auch die vorgestellten kommunikativen Formen von Demokratie zum Beispiel Mediation signalisieren nicht eine demokratische Wachablösung sondern experimentieren mit neuen Demokratiebausteinen die Lösungsperspektiven andeuten könnten für Probleme demokratischer Legitimation im Zeitalter der Entgrenzung des Staates nach innen und außen zum Abschluss noch ein Zitat von Richard Münch welches die gewandelten Verhältnisse von Demokratie im Kontext mit Governance Strukturen in ein anschauliches Bild kleidet Zitat Demokratie ist nicht die Herrschaft eines imaginären Volkes oder die Herrschaft seiner Repräsentanten oder die Verwirklichung des Allgemeinwillens durch repräsentative Organe sondern ein endloses Verfahren bei dem es darauf ankommt dass der Ball im Spiel bleibt und niemand so aus dem Spiel geworfen wird dass er die Lust zum Weiterspielen verliert und wohlmöglich einer Gefahr für die Fortführung des Spiels wird Zitat Ende Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit Ich bedanke mich